so hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge treibstoff fürs gehirn der holistische real talk podcast das ganze schön freie schnauze heute mit dem lieben marco hauschild und was marco hauschild alles wunderbares macht werden wir in der nächsten dreiviertelstunde bis stunde sicherlich hier in dem podcast erfahren aber erst mal werde ich euch in unsere kennenlern geschichte mit reinnehmen die etwas anders ist also ich war in hamburg ich muss jetzt tatsächlich noch mal überlegen wo ich in hamburg da war ist aber auch völlig wurscht irgendwann bahnungsviertel war ich mit alten schulfreunden unterwegs die wiederum befreundet waren mit marco und ich habe den ein bisschen in anführungsstrichen mein leid geklagt dass ich so wenig gleichgesinnte menschen um mich herum habe und eigentlich jemanden suche der so die themen die ich so nach vorne bringen möchte eigentlich mitträgt und dann gesagt dann ruf doch mal bei marco an und ich habe einen mutanfall gehabt und habe dich zwar nicht angerufen sondern ich habe bei facebook habe ich dich direkt angeschrieben und habe gedacht hoffentlich hoffentlich antwortet er dann auch und finde das nicht doof dass ich ihn so direkt kontaktiert habe nein fand er nicht sonst wird er jetzt hier nicht sitzen bei mir in meinem podcast marco ist gründer von rising house und viele haben vielleicht schon auf meiner homepage gesehen oder in meinem e mail wie heißt das fitter heißt das unten diese diese fußzeile dass ich botschafter des netzwerks rising house bin und da bekomme ich tatsächlich auch mal anfragen was ist denn da eigentlich heute klären wir das mal was das ist ja und marco wird sich jetzt am besten einmal selber vorstellen weil das ist immer irgendwie komisch wenn andere ein vorstellen war wer bist du was tust du eigentlich so den ganzen lieben tag und was hast du wunderbares in deinem netzwerk wo ich botschafter bin und ja das stage is yours und wir werden nachher auch noch ein bisschen in schwallern kommen da komme ich nachher noch mal auf ein thema zurück aber ich möchte erst mal dass du dich vorstellst bitteschön ja sehr gerne danke ja also ich bin marco hauschtild ich bin 39 jahre alt und jung 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 ja 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 also je nach perspektive also du hast natürlich recht wir sind ja ungefähr ein alter von daher sind wir so ungefähr 39 jahre jung also genau ich bin inhaber und gründer von rising house gesunde unternehmen und vom rising soul center einem seminar und gesundheitszentrum in neu wundsdorf an der hamburgers stadtgrenze ja zu mir ich habe irgendwann mal bwl studiert und habe das auch relativ erfolgreich beendet und habe zehn jahre lang in einem mobil funk konzern gearbeitet und habe das eigentlich auch ganz gerne gemacht und war dort erst im produktmanagement beschäftigt und später war ich dort abteilungsleiter hatte da also auch gute ja gute perspektiven und hat mir auch gut gefallen bin da nie mit bauchschmerzen hingefahren und aus einer unternehmerfamilie stammend war es für mich aber immer so dass ich schon wusste naja also diese dieses angestellten dasein das wird irgendwann auch mal wieder vorbeigehen denn das kann ja eigentlich nur ein notwendiger schritt richtung selbstständigkeit sein ja so ist es dann tatsächlich auch gekommen es hat allerdings noch so den ein oder anderen schubser von links und rechts geben müssen tatsächlich denn ja ich habe auch lange zeit überlegt was 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 machen denn eigentlich gibt es ja schon alles es gibt es gibt ja schon alles und es soll mir auch noch spaß bringen denn das ich wollte ja nicht mehr von dem was ich schon schon kannte sondern ich wollte was neues etwas was was mir spaß bringt wozu ich auch eine persönliche verbindung habe und die fehlte mir tatsächlich denn ich hatte damals noch überhaupt keine beziehung zum zum thema gesundheit also weil ich hatte sie ja immer ich war ja immer gesund ich war immer fit und da setzt man sich mit der eigenen gesundheit auch überhaupt nicht wirklich auseinander wenn man noch jung ist zumindest ging es mir so und es war dann so dass ich ja vor knapp zehn jahren mittlerweile es war 2011 hatte ich dann selbst ja fehlte mir die gesundheit und zwar hatte ich eine krebserkrankung damals und war für einige monate raus ja rausgekegelt sozusagen aus dem berufsalltag ja und in dieser zeit ja muss ich nicht nur durch eine therapie durch sondern in einem wesentlichen teil dieser krankschreibung in der ich dann ja war hatte ich natürlich auch die gelegenheit darüber nachzudenken was ich eigentlich machen möchte und ob das was mich da eilt hat vielleicht auch naja so ein kleiner hinweis darauf ist in welche richtung es denn gehen soll denn manchmal braucht man ja so einen kleinen lieb gemeinten anschubser seitens des universums und ja der kann damit voller karacho und ja so war es dann dass ich quasi auf meiner mir selbst verordneten kur in westerland auf sylt im strandkorb saß und darüber sinniert habe was ich denn nun in zukunft machen möchte und habe mich dann dazu entschieden dass ich eine heilpraktika ausbildung machen möchte und diese ausbildung die habe ich in gewinnen ja also es für mich war gar nicht so der der anreiz jetzt selbst in der praxis zu sitzen und dort patienten zu behandeln denn für mich war schon immer klar dass ich ja draußen sein muss dass ich umher reisen muss dass ich einfach unterwegs sein muss also dass ich auf die straße gehöre und nicht in ja in praxisraum da so und doch ja trotzdem habe ich dann eigentlich gesagt ich möchte ja ich möchte diese ausbildung machen einfach um mehr über das thema gesundheit mehr das thema körper zu erfahren ja vor allen dingen auch weil ich mitreden wollte es war ja war mir eigentlich ganz wichtig dass ich nicht wieder so in dieser patientenrolle ja so unmündig verharre sondern dass ich wirklich ja quasi dinge verstehen und und die zusammenhänge wahrscheinlich auch verstehen genau das war mir ganz wichtig dass ich einfach ja mich selbst ermächtige sozusagen ja ja und so kam es dann auch dass ich diese ausbildung gemacht habe habe sie auch beendet tatsächlich ja dann auch die prüfung irgendwann gemacht den ersten teil habe ich auch bestanden und den zweiten teil den da bin ich gar nicht angetreten weil das fiel auf einen tag mit der eröffnung meines meines zentrums ja es kann dann tatsächlich so dass sich die dinge irgendwann auch überschlagen hatten ich hatte dann im laufe der zeit dann auch die entscheidung getroffen meinen job zu kündigen und war dann für eine ganze zeit in der unternehmensberatung auch tätig die ja auch viel im bereich seminare und workshops und natürlich auch beratung und coaching unterwegs war und dort habe ich eben ganz viel konzeptionelle arbeit im bereich der ja der konzeptentwicklung für ein bgm programm gemacht und da habe ich so ja tatsächlich so die ersten füller richtung bgm und und betriebliches gesundheitsmanagement und betriebliche gesundheitsförderung ausgestreckt und irgendwie passt das ganz gut zu dieser neuen gesundheitsschiene auf der ich dann ja nun schon war und genau ich serfte dann quasi auf dieser welle und stellte dann aber fest dass ich das thema in der unternehmensberatung selbst nicht verwirklichen kann denn das ganze ist natürlich auch mit investition verbunden und dementsprechend ja wurde das da nicht so umgesetzt wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte und dann habe ich mir gesagt ja mensch dann machst du es eben selbst ja gott sei dank genau also das war wirklich ja so eins oder das letzte puzzel stück was mir dann auch fehlte ich hatte nun dass die quasi diesen kaufmännischen background als als bwler dann zusätzlich das neu gewonnene wissen rund um das thema gesundheit und eben auch rund ums thema bgm so und dann ja war es so dass die räumlichkeiten hier nur umsdorf zur verfügung standen und ich habe dann gesagt okay das mache ich jetzt ich werde dort hier also ich sage gerade dort aber ich bin gerade hier im zentrum in norwungsdorf und hatte eben das ziel hier einen ort zu schaffen der als dach über all meine aktivitäten sozusagen steht also für mich war es wichtig dass ich ja dass ich mit meiner dienstleistung mit dem was ich erreichen möchte dass diese dienstleistung eben auch einen physischen ort hat ein dach oben drüber und ein ort wo menschen zusammenkommen sich begegnen können sich anfassen können das war mir ganz ganz wichtig dass ich nicht irgendwie was weiß ich ein online programm entwickel oder ein kurs mit dem ich dann quasi selbst umher ziehe oder oder mit vortragsreihen etc sondern ich wollte tatsächlich diesen diesen ort schaffen das kam dann auch so und ich habe dann hier in norwungsdorf das zentrum eröffnet im januar 2017 und ja es wurde von anfang an recht gut angenommen ich habe hier vor ort verschiedene praxisräume die vermiete an die unterschiedlichsten therapeuten berater und coaches und auch einen großen kursraum in dem in dem ich jetzt gerade sitze ich habe mich eine schöne ecke gerade gesucht und in diesem raum finden die verschiedensten gesundheitskurse statt und ja vorträge workshops und seminare ja und so bin ich dann quasi in diesen ja in diesem neuen thema gelandet und was mir von anfang an hier wichtig war ist dass ich hier nicht nicht als vermieter oder sowas auftrete der den leuten schlüssel in die hand drückt und sagt macht mal macht euer ding und ja ich komme dann am monatsanfang und sammeln die miete ein das war es ja nun wirklich nicht was ich wollte jeweils wichtig dass ich die die leute die hier damals tätig waren kennenlernen und zu dem zweck habe ich dann ein damals haben wir noch stammtisch genannt also ein stammtisch ins leben gerufen er fand dann einmal im monat hier im kursraum statt und mittlerweile heißt es übrigens nicht mehr stammtisch denn das würde sich dann doch ein bisschen zu der nach nach biertrinken männerrunde an und das war es ja nicht denn wie wir alle wissen in diesem gesundheitsbereich sind die männer eher in der minderheit und ja das kenne ich nur zu gut deswegen bin ich es doch auch sehr gewohnt der hahn im kopf zu sein wenn es um gesundheitsthemen geht nun ja bei diesem stammtisch das war im grunde um so die keimzelle von rising health die da entstand ohne dass ich damals wirklich wusste mir war es wichtig die menschen in verbindung zu bringen und hatte da noch gar nicht so wirklich diese diese feste absicht da jetzt programm oder irgendwas anderes draus zu draus zu formen sondern das ergab sich eigentlich im laufe der zeit mir war einfach wichtig dass ich die menschen die hier vor ort sind dass ich die gut miteinander vernetze so dass sie einander auch gut empfehlen können damit sie letztendlich erfolgreich sind und wenn sie erfolgreich sind dann bin ich es ja auch als als derjenige der hier den die räume zur verfügung stellt das war war mir einfach wichtig dass ich so quasi an die an die kunden meiner kunden gedacht habe und immer geschaut habe wie kann ich eigentlich meine leute hier unterstützen so dass so dass die wirklich auch ins ja ins wirken kommen nicht nur ins tun sondern vor allem ins wirken und es ist ja gerade also bei uns auf dem land ist es noch was an ich war also bei uns auf dem land schöne ist vielleicht auch noch ein bisschen was anderes was ich echt charmant finde ist dass man bei dir einfach auch räume anmieten kann in dem soul center um um dort vielleicht ein teil der arbeit zu machen du brauchst nicht wenn du aus aus norwürgsdorf kommst nicht unbedingt immer eine eigene praxis sondern du kannst dann wenn du spezielle themen hast oder spezielle termine hast in deinem in deinem soul center einfach einen raum anmieten und das finde ich sehr praktisch und das ist innovativ also gerade also bei uns auf dem land funktioniert das nicht so gut mit dem aber ich bin jetzt auch in der einöde ja ja das ist eigentlich richtig es ist ja im gründer so dass das prinzip der gemeinschaftspraxis ist ja schon bekannt sozusagen in der stadt also auf dem land ja genauso eigentlich ich habe das noch ein bisschen verändert dieses dieses prinzip denn aus der erfahrung heraus die ich während der heilpraktiker ausbildung sammeln durfte da wurde mir auch ganz klar welche herausforderungen eigentlich die ja meine mit lehr im lernenden denn die meisten die ja nicht ärztlichen medizinischen bereich unterwegs sind ja machen das gerade auf dem zweiten bildungsweg und haben sich nicht oder machen es nebenbei nebenberuflich steigen da so langsam ein und ja jeder weiß es eine eigene praxis zu eröffnen ist mit mit hohen kosten verbunden ja so und deswegen war für mich klar ich möchte gerade für menschen die die in diesen bereichen unterwegs sind möchte ich wirklich ein hilfreiches angebot schaffen ja nicht sich diese hohen kosten auch direkt von anfang an ans bein binden müssen sondern dass sie entspannt anfangen können dass sie nur dann ihren ihren raum auch bezahlen wenn sie dann auch wirklich kunden oder patienten vor ort haben und das ist halt super angekommen also weil ich da halt genau so diesen diesen ja diesen nerv getroffen habe und so ja auch für viele einfach die möglichkeit geschaffen habe sich selbst auch auszuprobieren und zu gucken ja funktioniert das überhaupt so habe ich dann eben oder haben wir gemeinsam eigentlich hier ganz viele erfahrungen gesammelt bei vielen hat das ganz ganz toll geklappt bei manchen ist auch daneben gegangen aber dann hatten sie quasi also eine riesige risikoarme möglichkeit das einmal auszuprobieren und ja wenn ich heute so zurückschaue sehe ich dass doch die meisten von denen die hergekommen sind auch geblieben sind und ja sich quasi nicht mehr ausprobiert haben sondern auch tatsächlich erfolgreich in ihr ja business ja letztendlich auch ja das war so der beginn hier vor ort und dieses dieses netzwerk das eigentlich gedacht war für die die hier in der rumsdorf im zentrum tätig sind das wird dann immer mehr angereichert weil das sprach sich ja auch rum und dann fragte dann die eine ja kann ich mal den mitbringen ja klar war schon immer mein mein spruch und ich merkte dass dann von überall menschen her kamen plötzlich waren leute aus aus dem landkreis stade da aus lüneburg haben leute aus hamburg auch nördlich der elbe die dann nur um an diesem stammtisch teilzunehmen würde ich auch eine stunde autofahrt auf sich genommen haben und es wurden immer mehr und ich merkte da ist so ein bedarf ich konnte es damals noch nicht ganz fassen was genau dieser bedarf ist aber es wurde mir im laufe der zeit eigentlich immer klarer dass dieser bedarf ist sich zu vernetzen nicht alleine zu sein gleichgesinnte zu finden und und ja und letztendlich mit diesen gleichgesinnten eben auch projekte umzusetzen und das was du jetzt eingangs berichtet hast ist also der 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 prototyp der ist das ja der art und weise wie ich menschen kennen lerne also es ist einfach so diese große der große wunsch nach vernetzung da und ja so so ist eigentlich rising house entstanden dass das von links und rechts leute dazu kam es ist ja interessant ist dass du eben gesagt hast in der unternehmensberatung hast du hast du festgestellt dass du das thema nicht ganz so gut einbinden kannst das thema bgm oder gesundheit also im beratungsgeschäft das ist ja das was ich auch gemerkt habe also ich komme ja auch aus dem beratungsgeschäft und habe mich ja auch mit diesem stress mit der stressprävention sehr intensiv auseinandergesetzt und das war immer irgendwie so das hakte immer so ein bisschen also für mich gehört es total zusammen und wenn wir beide glaube ich darüber sprechen ist das voll logisch dass die zusammengehören aber das ist weil wir uns mit diesen themen auch beschäftigt haben und so kam ich eben auch an an olli und auch an daniel dass ich ihm gesagt habe das muss doch dass da muss es doch markt geben oder da muss es doch auch so eine art rufer oder so so pioniere auf dem markt geben die also da kannst du nicht alleine mit unterwegs sein glaube ich einfach nicht es muss doch jemanden geben und es war wirklich ein glücksgriff dass ich die nach fast 20 jahren auch zum kaffee getroffen habe er so dass und dass das dann so ein und das ist ja ein riesengroßes netzwerk mittlerweile also wird was hast du da alles für angebote also von bis da ist ja alles mit dabei was irgendwie das thema gesundheit und auch auch ja das thema gesundheit ob nun unternehmen oder menschen was das angeht also da ist ja ich fand das ja toll dass ich dann jemanden dass ich jemanden gefunden habe der das auch wiederum verbindet denn das rising rising house netzwerk ist ja auch für unternehmer oder für unternehmen gedacht na also du hast es ja dann quasi getrennt irgendwann so getrennt das ist ja nicht richtig es gehört ja trotzdem zusammen aber das rising house netzwerk ist ja an unternehmen gerichtet das genau genau also anders anders als im grunde genommen die tätigkeiten hier vor ort im zentrum natürlich ja die privatperson hier uns besuchen ist es so dass die ausrichtung von rising house ganz klar auf die unternehmensschiene geht also passt auch aus dem grunde sehr gut weil weil es auch so das vereint was ich selbst mitbringe ich bin mal als als ja mit kaufmännischen background bin ich das gewohnt in und mit unternehmen zusammenzuarbeiten und deswegen war das passt es auch einfach gut weil ich auch die sprache spreche also von beiden seiten ich spreche die sprache von unternehmern und kann sie auch mit anderen ja anderen argumenten erreichen als ja als jemand anderes das kann der vielleicht nur im bereich gesundheit eine expertise mitbringt und deswegen verstehe ich mich da nicht nur als übersetzer sondern auch als brückenbauer denn es bedarf einer ganzen menge brücken die es noch zu bauen gibt in unserer zeit und da möchte ich meinen teil einfach zu beitragen und dass ich das thema gesundheit ja in die unternehmen hineinbringe denn ich bin nach festen überzeugung dass das thema gesundheit einfach nicht mehr länger einfach nur privatsache sein kann sondern der ort wo wir ja den größten teil unseres bewussten lebens verbringen nämlich unsere unser arbeitsplatz das unternehmen in dem wir beschäftigt sind das 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 muss einfach ein teil davon sein das muss mit integriert werden in absolut persönliche gesundheit und da müssen wir da müssen wir den den die arbeitgeber ja mit mit reinziehen und es gelingt auch immer besser dass das passiert ja also ich merke auch dass das das da langsam die die bewusstheit für da ist und solche netzwerke wie du sie ins leben gerufen hast helfen natürlich auch als suchender also wenn ich jetzt ein unternehmer mal nehme der dann auch sagt wo finde ich denn jetzt die passende pgm maßnahme für mich weil auch da in diesem dschungel natürlich eine ganze menge los ist und dschungel sage ich deshalb weil natürlich ganz ganz viel angebote auf der einen seite da sind in dem privatkunden bereich aber wie kriegen wir das jetzt sauber strukturiert und idealerweise kostenoptimiert dann auch in unternehmen und was was haben eben dann auch sowohl die unternehmen oder die unternehmer davon was haben die mitarbeiter davon und wie geht es auch in diese abläufe mit rein also ich kann nicht einfach sagen wohl heute machen wir nun mal keine ahnung nur einen workshop davon und tschüss da ist es ja nicht also wir machen ja nicht nur einen workshop und sind so ein one hit one da also das ja kann ja auch nicht der anspruch sein wenn man sich ernsthaft mit dem thema bgm oder überhaupt gesundheit in unternehmen beschäftigen will das ist ja auch ein prozess der begleitet werden will und dann ist natürlich super wenn es einen einen zentralen ansprechpartner gibt für dich wo man dann individuell auch aufs unternehmen wieder eingehen kann also ich mag das wenn jemand mir so nicht nur suggeriert sondern auch die die leistung anbietet dass die auf mich zugeschnitten ist also da habe ich da bin ich echt einfach gestrickt wenn du mir zuhörst und mir dann das passende produkt anbietest bin ich eigentlich schon fast gekauft so und ich mag das dass es das ist bei dir einfach nicht nur produkt a b und c gibt sondern dass da das da die bunte blumenwiese ist und das so bunt wie die unternehmen sind muss es auch lösungen geben meiner meinung nach genau richtig genau richtig genau da setzen wir an natürlich ist also wir haben heute fast 50 anbieter in diesem netzwerk das spricht erstmal dafür dass wir super breit aufgestellt sind wir natürlich aber auch für einen kunden der von der alleine auswählen soll welche maßnahme jetzt die richtige für ihn oder sein unternehmen ist ist es natürlich auch erstmal eine überforderung das kennen wir alle vor von dem großen supermarkt regal mit tausend verschiedenen produkten die eigentlich ähnlich sind dafür ist uns auch schwer da aus weil wir auch gar nicht die expertise mitbringen also wir können auch gar nicht wirklich beurteilen ja ist es jetzt das und aus dem grund ja ist es gut jemanden zu haben den man im grunde noch mal ja darüber sprechen kann wie tickt eigentlich das unternehmen also dass man nicht vom angebot herangeht sondern schaut wie ist das unternehmen eigentlich aufgestellt und was sind die echten herausforderungen also ich kann das an dem beispiel mal erläutern dass ich dass ich vor zwei jahren erlebt hatte dort war ich in einem der auftragsklärungsgespräch der kunde wollte im grunde genommen ja die bewegungskurs machen die mitarbeiter stehen viel und wenig bewegung und sollten sich dann einfach mal anhand eines krankenkasse geförderten kurses wollten sie dann einfach mal was für die mitarbeiter tun und dann hätte ich das auch genauso umsetzen können ich hätte jemand dahin schicken können und sagen macht da mal den kurs und das wäre auch okay gewesen aber ich hatte schon gemerkt dass da noch etwas anderes ist und fragte ich damals habt ihr denn schon mal so ein kurs hier bei euch gemacht und die antwort war ja werden schon mal versucht aber der hat nicht wirklich stattgefunden weil hat keiner daran teilgenommen sagte ich aha wie kommt denn das ja eigentlich ist es immer so wenn wir hier was anbieten für die mitarbeiter dass da keiner mit dabei ist und dann ging bei mir auch so die alarmglocken an und ich merke sofort okay wir haben da wir noch ein anderes problem und das oder eine andere herausforderung denn es hörte sich sehr danach an dass ja dass die mitarbeiter so wirklich so ein identifikationsproblem mit ihrem arbeitgeber hatten dass sie im grunde genommen überhaupt nicht gewillt waren überhaupt mehr zeit als als zwingend notwendig beim beim job zu verbringen und das wurde dann auch bestätigt tatsächlich kann man eben auch zur sprache dass das auch so ein generation konflikt da gab dass alt und jung irgendwie kaum miteinander sprechen und also es waren plötzlich ganz andere themen die wichtig waren so und wir stellten dann fest okay also hier sind wir eher so im bereich der unternehmenskultur und der der team entwicklung eigentlich und haben dann ganz andere maßnahmen geplant und auch durchgeführt der bewegungskurs ist bis heute noch nicht also hat bis heute nicht stattgefunden und ich sehe den auch immer noch am ende eines prozesses wenn tatsächlich ja waren einfach andere themen viel viel wichtiger und das ist natürlich auch das spannende dass also einmal für mich dann das herauszufinden und dann würde ich eine bedarfsgerechte lösung dann noch anzubieten und zum anderen entlastet es auch denjenigen der ja der in der verantwortung ist der als unternehmer ja auch weiß ich muss ja irgendwas tun ich sehe ja dass sehr was was passiert mit dem mitarbeiter und ich weiß sehe wie es denen geht und wie belastet die sind der am wunsch liegt es nicht also der wille ist da sich als unternehmer da einzubringen aber das richtige auszuwählen das übersteigt einfach die kompetenz der meisten unternehmen was ich sehr charmant finde muss ich wirklich sagen auch an deinem netzwerk ist dass du eben beide sprachen beherrscht also was du schon gesagt hast dass du eben sowohl das thema gesundheit mit all den angeboten dass du dass du da in der sprache und zu hause bist aber eben auch bei den unternehmen und dass du eben diese dieses was manchmal zwischen den zeilen mitschwingen ziemlich gut erkennen kannst das hat mir auch sehr gefallen also das muss ich sagen dass auch auch mit ein grund warum ich das netzwerk dann als solches und die teilnehmer auch gerne tatsächlich empfehle denn ich selber kann ja nur ein teil machen auch ich habe ja meine spezialgebiete und ich sage immer irgendwo ich bin generalist und bei manchen dingen braucht es nur eine inspiration bei meinen kunden und die finden dann selber eine lösung und wenn ich aber jemanden empfehle und sage dann geht doch mal dahin oder guck dir das doch mal an oder da sind experten im netzwerk dann ist es für mich auch wichtig dass mein kunde sich auch entsprechend in einem bestimmten rahmen eben bewegen kann und da ist es eben auch wichtig die unternehmenssprache zu sprechen und das finde ich sehr charmant in deinem netzwerk dass du eben beide seiten ja sprechen besprechen kannst und ist eben auch übersetzen kannst weil manchmal ist da dann doch eine wie soll ich sagen wer der meint das so und so aber eigentlich sagt man im unternehmen das anders und du kannst eben dafür sorgen dass die beiden wieder zusammenlaufen und ich habe ich habe mich für euch damals ja auch entschieden weil ich gesagt habe ich brauche einfach einen größeren rahmen ich selber kann ich alles machen kann ich nur ein heilpraktiker machen oder eine yoga ausbildung und noch einen irgendeinen bewegungskurs und noch mal die zertifizierung dafür dann komme ich außen lernen überhaupt nicht mehr raus ich kann ja gar nichts mehr anbieten möchte aber sicher gehen dass in einem guten geschützten rahmen einfach auch eine gewisse qualität da ist und das finde ich hast du hervorragend umgesetzt muss ich einfach mal sagen also ich freue mich dass ich dabei sein darf und dass ich meinen kunden da auch diesen rahmen einfach anbieten kann ich werde ich erzähle es jedem dass ich in diesem netzwerk bin und wenn sie da gerne von diesen großen bunten buffeten naschen wollen dass sie sich bei dir melden soll ja also erstmal danke dafür es ist ja genau wie du sagst es muss in beide seiten übersetzt werden auch wenn ich jetzt mit meinen anbietern spreche die sind natürlich experte auf ihrem gebiet und die würden gern die themen so umsetzen wie sie sich das denken oder wie es in der theorie natürlich auch richtig ist und wenn ich aber eins gemerkt habe als unternehmer und auch als ja als als ja letztendlich leitende angestellter dann ist es eigentlich so die große herausforderung um wirklich erfolgreich zu bestehen können ist die vereinfachung man muss dinge aus der ja wie komplexität aus den dingen herausnehmen damit sie ja verstehbar sind damit sie verdaubar sind und das das ist im grünen genommen so die herausforderung der ich mich stelle dass ich sage ja hey nicht das ziel aus den augen verlieren aber trotzdem schauen wir uns die die dinge an und schaffen aber auch einfache lösungen ohne ja ohne einfach zu zu komplex zu werden ja das das ist manchmal so der der zahn den ich meinen anbietern auch ziehen muss dass wir da ja also natürlich wollen wir immer individuelle lösungen schaffen aber es müssen auch praktikabel lösungen sein die auch die auch skalierbar sind sozusagen die auch für für mehrere kunden sozusagen anwendbar sind und auf der anderen seite haben wir die unternehmer die ja mit einer ganz anderen haltung daran gehen entweder das passiert auch immer noch dass das thema ablehnung gegenüber gesundheitsteam nach motto ja was soll das muss man ja dran glauben und so und so ist es eben nicht man muss da nicht nur dran also man muss da nicht dran glauben also glauben hilft vielleicht auch aber man kann sich auch einfach durch durch wissenschaftliche studien auch überzeugen lassen und die ja das negiert ja wohl keiner dass das da eben auch einfach schon ergebnisse oder forschungsergebnisse gibt die einfach ja ganz klar zeigen welchen großen vorteil denn die investition in bgm oder bgf maßnahmen hat also da sind wir da sprechen wir da auch die sprache des unternehmens und zeigen auf hey jeden euro den du in ein betriebliches gesundheitsmanagement investiert wird dir so und so viel an rendite letztendlich aufbringen und natürlich ist ein anbieter der ja von seiner eigenen arbeit sehr überzeugt ist aber auch in so ein bisschen in diesem ja dieser blase auch lang nicht gefangen ist der argument natürlich ganz anders nicht argumentiert mit der mit den vielen vorzügen seiner dienstleistung das ist für ein unternehmer auch interessant aber letztendlich jemand der die verantwortung für ein großes unternehmen hat der hat natürlich auch noch andere themen mit denen er sich beschäftigt und da gehen das sind einfach die ja die die schlüssel zahlen sozusagen oder die kpi ist ja wie man sagt genau das sind das sind einfach die themen die man aufzeigen muss also natürlich sind es die die dinge die für den mitarbeiter da rauskommen aber auch was springt denn eigentlich für das unternehmen dabei raus und da sprechen wir über die reduktion von krankenständen von der erhöhung der produktivität und das ganze eben letztendlich auch in euro ausgedrückt das ist natürlich die herausforderung der ich mich jeden tag an ich stelle dass ich da versuche übersetzer zu sein um eben zu einem aufzuzeigen welche großen vorteile denn in in dem betrieblichen gesundheitsmanagement überhaupt stecken ja also wir beide sehen sie und da also ich glaube dass wir da bist du noch mehr drin weil ich natürlich auch andere themen habe aber ich glaube dass es ist so ein bisschen manchmal mühsam ernährt sich das eichhörnchen die was für mich immer wieder interessant ist in meiner wahrnehmen als jetzt meine ganz persönliche wahrnehmung wenn solche themen bgm die ja auch durch den privaten bereich durchaus mal bei dem einen oder anderen hochkommen wenn wir dann über solche themen sprechen wie auf einmal hat er doch einen burnout oder depression die man das gar nicht zu zugetraut hat oder da klappt der mit 50er auf einmal mit einer herzattacke um oder es gibt den tinnitus und co dann wird natürlich da die aufmerksamkeit durchaus mehr drauf ich merke dass gerade in denen in der führungsriege so mit denen ich zusammenarbeite es wird langsam ein bisschen mehr bewusstheit draufgelegt weil im privaten rahmen die einschläge nieder näher kommen und tatsächlich ist es so ich hatte eben schon gesagt da wollte ich noch mal darauf hinweisen dass letzte woche die diese psyche diese psychoanalyse von der dhk wieder rausgekommen ist und da bin ich jetzt ganz eigennützig weil das immer mein thema ist die thematik depressionen burnout oder angststörung was ja manchmal gar nicht so mit der kennziffer wirklich nicht auseinander haltbar ist aber diese drei erkrankungen sind im moment die häufigsten warum die leute fehlen wir reden davon bis zu 260 fehltagen ja und in den letzten 20 jahren ist alleine das depressionsthema vervierfacht worden und wenn ich sowas lese und ich dann immer noch mitbekomme wie es teilweise stigmatisiert und totgeschwiegen wird und in einer tabuzone ist bin ich so glücklich darüber dass es eben auch netzwerke und auch gemeinschaften gibt wie dich dass du eben darüber sprichst wie gewichtig auch das thema gesundheit in den unternehmen ist wir können wir können uns dem nicht mehr entziehen und ich glaube dass wir zumindest ein teil der aufmerksamkeit das heißt ja nicht dass wir jetzt alle durchdrehen müssen und noch körner futtern müssen und nur noch eine gurke naschen sondern es ist ja auch ein maß wo wir dann sagen können wir dürfen das einfach nicht außer acht lassen so wie wir im unternehmen das thema kpi ist nicht außer acht lassen wie wir im unternehmen das thema mitarbeiterqualifikation fachkräfte thematik nicht außen außen vor lassen müssen wir auch das thema gesundheit irgendwie beleuchten vielleicht bei der ein oder anderen klientel mehr und bei der anderen weniger aber wir wissen auch je mehr wir mit menschen zu tun haben und den verschiedenen schicksalen und den individuen je höher ist auch die depressions und burnout burnout rate und wir kriegen es ja auch nicht beigepult wie wir so richtig mit sowas umgehen es wurde immer irgendwie weggedrückt die haben einer die ach komm der ist halt schlecht drauf und dann wurde einmal 200 tage weggesperrt war in therapie und war halt wieder da so da wurde aber nicht drüber gesprochen was heißt das aber eigentlich und was kann ich für wen wirklich was brauche ich eigentlich für wenig handwerkszeug und tools um dem eigentlich tatsächlich auch zu entgehen jetzt mal nur für das thema gesprochen es gibt ja noch so viel mehr was du gesagt dass diese bewegungs dinge wenn wir sagen wir sitzen im call center die alle ich sitze auch viel da muss bewegung rein gesundheit ist nicht nur der hier sondern der ganze körper ja und wir müssen einfach da bin ich zu 100 prozent bei dir wir müssen das in die köpfe reinkriegen dass sich führungskräfte damit auseinandersetzen müssen zwangsläufig und idealerweise lernen wir diese dinge schon in ausbildung und co also beispiel von mir ich habe selber vor 20 knapp 20 jahren die ausbildung zum kfz betriebswirt gemacht und ich bin jetzt dieses jahr nächstes jahr habe ich den nächsten kurs das ist an der bfc ist damals eine privatschule gewesen für das kfz gehandelt für das kfz gewerbe so die kaderschmiede der kfz branche heute bin ich selber dort dozent für kraftfahrzeug und unternehmenstechnik also so themen die du nicht im alltagsrauschen dieser schule mitbekommt bekommt für mich war es total wichtig denen dort was als stresswerkzeug oder stresspräventionswerkzeuge an die hand zu geben dass die schon mal was davon gehört haben ich habe davon nichts gehört ich habe es weder in der schule gelernt noch in meiner ausbildung noch in meinen weiterbildung erst als ich mich speziell dafür interessiert habe weil ich selber krank war habe ich ja erst zu diesen ganzen gesundheitsthemen ein bezug bekommen und so wie du es mit dem netzwerk in den unternehmen hast fange ich schon bei den die da jetzt in der ausbildung sind wenigstens mal so ein flock reinzusetzen dass wenn die irgendwann mal führungskräfte sind dass sie sich dann an netzwerke wie dich will wenden und sagen du da war mal irgendwas ich glaube ich muss was mit gesundheit aber ich weiß nicht genau wie und dann sollen sie zu dir und dann kannst du ja super gut unterstützen und da auch individuell helfen auch mit produkten die adaptierbar sind aber trotzdem individuell weil nicht für jeden ist ein bewegungskurs was also wenn du im dachdecker sagst wir machen jetzt einen bewegungskurs dann sagt er so der bewegt sich rauf und runter auf dem dach ja so aber also aber auch da gibt es mittlerweile andere denkweisen also ich arbeite auch mit einigen handwerksunternehmen zusammen wo es ja von der seite der führung dann auch so gesteuert wird dass die mitarbeiter zum beispiel ja kostenfreie physio behandlung erhalten oder osteopathische behandlung und ja sobald da mal so diese diese schamgrenze vielleicht übersprungen wurde es ist dann auch für den für den dachdecker dann etwas ganz normales und der vorsieht dann auch darüber er merkt einfach dass er fitter ist und aber vielleicht um auf die auf die auf den dhk report noch mal zurückzukommen der dhk report sagt ja letztendlich aus dass wenn wir jetzt auf jede einzelne person schauen dass jeder von uns im durchschnitt 2,6 tage im jahr aufgrund von psychischer erkrankung fehlt und das nur durchschnitt also sprich wenn man sich nur zwei leute anguckt und einer einer war quasi gesund ist der andere schon über fünf tage ähm fehlter im pro jahr und das im grunde zeigt uns doch dass gesundheit und auch psychische gesundheit längst ein kpi eines unternehmens ist denn schreiben wir doch mal schreiben schreiben wir doch hinterher mal eine zahl in euro dahinter was kostet ist in einem unternehmen wenn jeder mitarbeiter 2,6 tage im jahr aufgrund von psychischer erkrankung vermeidbarer psychischer erkrankung fehlt das da sind wir doch im bereich der der key performance also da sind wir doch genau da wo wir wo es dem unternehmen ja auch wehtut beziehungsweise da wo auch eine stellschraube ist zum zum besseren hin einfach zu schauen was können wir denn daran ändern um eben diese krankheitstage zu senken nicht nur im unserer mitarbeiter sondern letztendlich auch um unsere unsere zahlen wieder wieder auf spur zu bringen also je nachdem es ist ganz egal wie man argumentiert ob man nun von der seite der der mitarbeitergesundheit oder knallhart an an wirklich den den unternehmenskennzahlen sich orientiert die investition in maßnahmen für betriebliches gesundheitsmanagement und insbesondere für maßnahmen im bereich der burnout und stressprävention das sind themen mit denen muss sich jeder unternehmer heute beschäftigen und wenn er es nicht tut dann dann ist er einfach kein guter kaufmann das ist ein statement ich unterstreiche zweimal rot nein ist ja was ich genau so genau so und es gibt ja noch so viel mehr also wir haben ja mit dem mit dem thema burnout ist ja das ist ja nur eine sache also es gibt ja so viel mehr was man da machen kann und was was ja viele auch hast du das thema das du natürlich versuchst deine fehlzeiten runter zu bringen damit natürlich mehr produktivität wieder hast und was ja auch ein thema ist da hast du mich vorhin korrigiert ich habe gesagt 500 euro pro jahr können zum steuervorteil genutzt werden pro mitarbeiter mittlerweile sind es sogar 600 euro das ist eine menge holz also wenn ich das mal hochrechne das ist da kann ich schon eine ganze menge für machen und da kann man ja auch dann einfach schauen was passt da mal in dem jahr und ich muss ich muss da jetzt auch nicht extrem überdrehen sondern wenn ich eine kontinuität auch reinbringe und auch für mich das in meiner in meiner kultur einfach integrieren und sage mir ist das wichtig und ich biete da ein oder zwei mal im jahr oder vielleicht eine maßnahme die über längeren zeitraum geht einfach an dann ist ja auch es ist ja dann auch schon geholfen oder wenn ich die möglichkeit habe anlaufstellen meinen mitarbeitern zu geben zu sagen du kannst dich da und da melden oftmals sind es ja so kleine dinge ich denke dann manchmal ob der unternehmer denkt dem man sowas anbietet dass der gleich sein komplettes unternehmen umdrehen muss muss er ja gar nicht also da ist das thema veränderung oh gott oh gott muss er nicht und da gibt es wirklich ich glaube dass du da weil du weil du eben so viel auch siehst du siehst ja auch unterschiedliche branchen und weil du da so viel unternehmen auch siehst dass du da den richtigen riecher hast dann auch dem unternehmer das richtige anzubieten aus seinem netzwerk und da also wie gesagt ich möchte gerne noch mal darauf hinweisen ich bin absoluter botschafter von dir ich finde es absolut toll was du da tust was du da was da bei dir auch was ich eigentlich letzten endes auch so einer schuldigung scheiße wie krebs was daraus entstanden ist finde ich richtig richtig gut und da können sich sicherlich auch der ein oder andere noch ein beispiel dran nehmen dass nach nach schatten kommt oftmals leh oder wo schatten ist ist licht und bei dir ist ganz viel licht gewesen finde ich toll also ich schaue heute natürlich auch in quasi schon in dankbarkeit zurück auf diese zeit denn die hat mich überhaupt erst auf diese neue schiene gebracht also hat mir quasi ein neues feld richtung weg von beruf und job sondern richtung berufpunkt auch gebracht und ich sehe es tatsächlich als beruf um mich in diesen bereich zu engagieren ob das nun durch eine ganz niederschwelliges angebot oder ein niedrigschwelliges angebot wie einem krankenkassenkurs ist der auch noch zum größten teil von der von der kasse im unternehmen bezahlt wird so dass für das unternehmen gar keine kosten anfallen oder ob es dann am oberen etwas komplexeren ende dann wirklich die implementierung eines strategischen bgm ist ich kann in so vielen bereichen einfach hilfreich sein mit der unterstützung dieses netzwerkes weil wir eben für für sämtliche themen unsere experten da haben ob es nun darum geht ja vielleicht beim ja zum einstieg eine mobile massage anzubieten einfach um den mitarbeitern regelmäßig zu zeigen hey erstmal wertschätzen wir eure arbeit hier sehr und wir möchten auch etwas dafür tun dass ihr fit bleibt oder ob es richtung um zum beispiel psychische gefährdungsbeurteilung geht ganz anderes thema aber letztendlich auch vom gesetzgeber erkannt dass seit seit einigen jahren auch teil des arbeitsschutzgesetzes muss verpflichtend durchgeführt werden bis heute haben es nur 20 prozent aller unternehmen gemacht also da ist auch noch ganz viel nachholbedarf und dann echt schlecht na also muss ja auch mal sagen dann gibt es die formblätter wir kennen das auch formblätter haken dran und dann sage ich wir hatten da mal nachgefragt also ich mache es ja qualitätsmanagement gucke ich mir solche gefährdungsbeurteilung ja auch mal an und dann schlecht gemacht also wo sie abgehakt weil es weil es draufsteht weil es drei seiten mehr waren der gefährdungsbeurteilung und damit ist ja kein geholfen also da ist es tatsächlich auch so dass dass ich froh bin dass wir dadurch dass wir eben mit einer bestimmten haltung uns auch den themen nähern dass wir eben nicht diese kunden haben die sagen ja ich mache das nur weil das im gesetz steht die dürfen sich auch gern weiterhin ihre zettel der ausdrucken und das selbst machen damit sie was nachweisen können die sind halt noch nicht so weit ich arbeite dafür dass sie dass sie an den punkt kommen denn die mitarbeiter können nichts dafür dass dass diejenigen die entscheidung treffen im unternehmen noch nicht so weit sind und deshalb kämpfe ich dafür zusammen mit diesem netzwerk und bieten dann eben auch lösungen an die wirklich für beide seiten einfach große vorteile bringen nicht nur rechtssicherheit für den unternehmer der dann nachweisen kann er hätte dann seine seine rechtliche pflicht erfüllt sondern wirklich benefits für die mitarbeiter und den unternehmer oder den arbeitgeber ja also einfach eins meiner großen ziele oder wenn wir schon von zielen sprechen natürlich ist das ganze was was ich mit diesem netzwerk ja ja worauf ich abziele das ist natürlich auch von von der ideologie getragen also ich ich werde häufig gefragt ja wieso machst du eigentlich das was du tust und sage ich ja also zu 95 prozent ist es wirklich so dass ich einen unterschied machen möchte ich möchte schon die dinge so wie sie heute sind und viele sind leider falsch wie sie laufen die möchte ich ändern und da hänge ich mich deshalb so sehr rein dass wirklich da ein bewusstsein entsteht in den unternehmen dass da wirklich was zu tun ist in zukunft dass wir eigentlich schon dass wir eigentlich schon zu spät dran sind wenn wir eben fünf nach zwölf ja wenn wir sehen wie sich die zahlen entwickeln in bezug auf ja auch nicht nur psychische erkrankungen auch bewegungsapparat im herzkreislauf und 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 also wirklich so die klassischen themen also auch die die mit ernährung und bewegungen zusammenhängen oder auch mit mit rauchen das thema krebs zum beispiel also es gibt so viele ansätze wo wo es auch möglich ist einfache lösungen zu schaffen es gibt ganz tolle krebspräventionsmaßnahmen die man quasi ohne ohne echte kosten im unternehmen implementieren kann also da kann ich würde ich jedem nur raten ja sprecht uns mal an macht macht euch mal schlau oder lasst euch schlau machen von uns also ihr könnt euch da auch entspannen das sprecht einfach mal mit uns und geht das thema erst mal an jemanden ab der euch gute vorschläge machen kann was ihr im unternehmen umsetzen könnt um wirklich nicht nur ein unterschied zu machen sondern ja und vor allem diese diese wirklich drängenden probleme in bezug auf mitarbeiter produktivität und krankenstand die auch mal zu lösen eine frage hätte ich noch bist du nur ich weiß es aber wir müssen es ja den leuten erzählen hier in dem podcast wie weit ist dein netzwerk im moment also in welcher in welcher range bist du unterwegs mit deinem netzwerk ich sag mal bist du deutschlandweit unterwegs im norden von deutschland suchst du noch ich sag mal solche teilnehmer wie mich möchtest du dein netzwerk da auch erweitern auch in anderen bereichen oder wo bist du für welche kunden oder wie weit fährst du für die kunden tatsächlich was erzähl noch mal ein bisschen da was neuwulmsdorf schrägstrich hamburg für mich ist das kein problem vielleicht für meinen kunden aus nab sagt warum soll ich den dann aus neuwulmsdorf angucken weil er gut ist mal by the way aber erzähl du mal bitte genau also natürlich unser einsatzbereich der orientiert sich natürlich auch an dem sehr individuellen einsatzbereich unserer vielen experten und grundsätzlich ist es aber so dass wir natürlich einfach weil es in der natur der sache liegt weil wir hier alle im norden auch ansässig sind dass unsere bestehenden kunden auch aus der region kommen das ja trifft aber nicht auf alle zu also wir haben auch einige kunden beziehungsweise filialen die in anderen bundesländern sind weil wir auch eben bereit sind ja zu reisen sozusagen also der eine mehr der andere weniger aber grundsätzlich so für diese themen wie auch zum psychische gefährdungsbeurteilung und andere beratungs und coaching prozesse da sind wir auch grundsätzlich deutschlandweit erreichbar und für unsere kunden unterwegs ich bin auch deutschlandweit für euch unterwegs genauso ist es ja aber ich verstehe schon wenn du deine mobile massagen dabei hast ich denke dann vielleicht an den ein oder anderen der ist vielleicht auch in diesem netzwerk zu zwei drittel selbstständig vielleicht macht weiß ich nicht ob da alle dabei sind deshalb wollte ich das gerne noch mal angesprochen haben deine beiden homepages würde ich auf jeden fall mit verlinken wo finden wir dich noch wenn jetzt einer sagt mensch den marco finde ich knorke den rufe ich mal an ist vielleicht auch mal was für mein unternehmen wie ist dein bester einfallskanal also oder was magst du am liebsten per e mail oder per telefon oder per social media wie soll man dich am besten kontaktieren also der weg ist mir relativ egal hauptsache ihr tut ist das ist das ist ganz wichtig der erste der erste schritt der geht oder ja der erste schritt zum ziel einfach anfangen und von daher ist es mir fast egal aber wer mich erreichen möchte oder wer uns erreichen möchte der kann das natürlich tun zum beispiel über unsere website www rising health de oder natürlich auch bei facebook in social media sind wir unterwegs dort rising health eingeben rising health gesunde unternehmen heißt es dort einfach mal reingucken und über den weg auch kontakt zu uns aufnehmen und ja also die kanäle gibt es ausreichend man kann uns auch einfach googeln man wird zu uns finden wenn man wenn man denn will genau und ich hoffe ich hoffe dass das in zukunft noch mehr wollen und vor allen dingen weil sie es wollen und nicht nicht nur weil sie es müssen und dass das ist ein großer punkt der gerade in diesem bereich da stelle ich fest dass die 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 das machen weil sie weil sie etwas machen müssen als ich sage mal die geschickten da wird es immer schwer also da ist es immer schwer das thema irgendwie in die mannschaft zu bekommen oder oder überhaupt in diese gruppe ich will gar nicht sagen manche aber in die gruppe und wenn die kultur schon offen dafür ist und wenn man wirklich sagt komm wir wollen jetzt mal was machen und und man auch neugierig mal ist auf das was da so kommen kann wird es auch für uns anbieter recht leicht also das ist ja eine beiderseitige nummer auch ne also ich möchte niemanden also das sage ich auch immer ich möchte niemanden missionieren ich stehe genau dahinter deinen aussagen sage es total wichtig dass das in die unternehmen muss dass das muss einfach status quo sein dass man das auch auf der agenda hat der jahresplanung ja und dennoch bin ich nicht dafür da um jemanden von etwas zu überzeugen was er überhaupt gar nicht will also genau richtig ja also ich habe auch die erfahrung gemacht dass die die geschickt wurden ja da funktioniert ist tatsächlich nicht so gut also häufig sind es auch im unternehmen die die sich selber geschickt haben also ich habe ganz tolle erfahrung macht mit menschen die eigentlich weder im bereich im personal oder bgm im unternehmen angestellt sind sondern zum beispiel mit einer kontrollerin habe ich mal kontakt aufgenommen weil sie selbst für sich das thema gesundheit erkannt hat und eben davon was ins unternehmen bringen wollte ja sie war deshalb meine erste ansprechpartnerin im unternehmen weil sie sich da einfach so aus persönlicher überzeugung eingebracht hat und das ist natürlich ganz anderes arbeiten als mit jemandem der das nur machen möchte ja und das bringt mich aber auch so ein bisschen zu zu dem was ich ja was was eigentlich meine vision auch für die zukunft ist wenn ich in die unternehmen der zukunft schaue dann gibt es eben ja nicht nur die leute die sich da irgendwie einbringen weil sie einen guten draht zum thema gesundheit haben sondern meine vision ist dass dass es im unternehmen eine abteilung gibt die sich mit der gesundheit der mitarbeiter beschäftigt und diese abteilung die steht quasi gleichwertig neben abteilung wie vertrieb wie personal wie controlling wie produktmanagement und so weiter also eine gleichberechtigte abteilung die deshalb entstanden ist weil erkannt wurde dass die mitarbeiter gesundheit eines der wichtigsten themen im unternehmen ist und im dem vertrieb gleichzusetzen ist definitiv kann ich so unterschreiben und ich finde das ein ziemlich gutes schlusswort außer du hast ja auch was zu sagen nein ich bedanke mich auf jeden fall für für diese ja tolle stunde die wir jetzt gemeinsam hatten ja die stunde voll glaube ich ja super aber es spricht ja auch dafür dass wir das nicht nur wir beide uns viel zu erzählen haben sondern dass es in dem bereich auch ganz viel zu erzählen gibt definitiv und wir könnten stundenlang so weitermachen also was ich noch empfehlen möchte es gibt da habe ich war war ich anfang september glaube ich war ich zum unternehmer stammtisch wer da aus der region kommt darf sich auch gerne zum thema unternehmer stammtisch bei dir glaube ich melden da neun grömshof ist ja grundsätzlich nicht nicht das kaff wie eistrup sondern das ist natürlich ein bisschen größer ich die die information nimmt einfach instagram facebook und macht überall so einen haken dran und den daumen hoch und dann kriegt die automatisch informationen bei xing ist übrigens auch zu finden da gibt es dann auch ab und zu mal veranstaltungen die dort gepostet heißt das gepostet auch bei xing heißt es gepostet oder würde ich mal sagen ja wir posten das auch bei xing so und da sind ganz ganz tolle menschen bei die auch wichtige dinge zu erzählen haben schaut es euch auf jeden fall an ich bin gerne botschafter deines netzwerks und werde auch diese botschaft weitertragen weil ich glaube in der gemeinschaft kann man ganz schön viel erreichen und so wie du eben die anbieter wie mich mit unterstützt dass du sprichst bei den unternehmen glaube ich dass wir ganz gut dann unterstützen können in dem bereich wenn wir einfach unsere unsere spezialität jeweilig mit reinbringen und gemeinschaftlich können wir da große dinge glaube ich ganz gut bewegen da bin ich von überzeugt und ja wenn irgendeiner frage hat ich werde auf jeden fall in den show notes werde ich deine homepages hinterlegen wenn jemand noch fragen an dich persönlich hat soll er dich die sehr gerne direkt ansprechen wenn jemand fragen noch allgemein zu dem thema hat kann natürlich auch mich sprechen ansprechen gerne immer daumen hoch ich bin ein freund von reaktionen auf das was wir hier tun ja und beim nächsten mal weiß ich mal wieder nicht was ich mache ob es ein solo folge ist oder wieder eine nette interview folge ich bedanke mich auf jeden fall für deine zeit marco gerne wieder wer weiß ob wir irgendwann noch mal ein spezialthema haben dann müssen wir vielleicht noch mal sprechen und für alle anderen der podcast wird an einem freitag ausgestrahlt deshalb dann ein schönes wochenende und bis zum nächsten mal wenn es wieder heißt treibstoff fürs gehirn ciao ciao ciao